...für wichtig halten. Entschuldigung, mein Name ist Justin Heine. Hallo, mein Name ist Justin Heine. Die meisten wollen jetzt natürlich wissen, warum habe ich das getan. Jetzt kommen wir zu der Krankheit, die mich dazu gebracht hat, dieses Video zu machen. Und ungefähr vor zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau, hatte ich mitten auf der befahrenen Straße einen epileptischen Anfall. Ich habe komplett mein Bewusstsein verloren und ich war komplett weg. Ich kann mich erinnern, ich war gerade auf dem Weg zur Physiotherapie. Dann kam auch schon der Krankenwagen, die haben mich mitgenommen. Bis dahin war ich wieder auf der Höhe. Ich habe diese Aktion gemacht, weil das solche Momente sind, wo ich einfach komplett vergessen kann, wo ich einfach komplett abschalten kann. Ja?